Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Death Stranding. Ja, wir durften nochmal komplett zurück zu Mama fahren. Das habe ich ganz und natürlich offscreen erledigt, damit ich jetzt hier ordentlich abrocken kann. Mal gucken, was uns Mama mitgeben wird, weil sie wird uns garantiert, keine Ahnung, vielleicht gibt sie uns eine Bugpfeife mit und wir müssen dann der anderen ebenfalls diese Bugpfeife verpassen. Mal gucken, ey, wo muss ich denn reinlaufen von mir aus? Huhu, Mama, ich bin hier, was gibt's zu essen? Sam, danke, dass du da bist. Ich hab da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, bumm, leere Sturz. Aber, wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leeres Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider superhandschön. Gut. Probieren wir sie aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber... Ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist... Eigentlich ist sie... ...nicht meine Tochter. Der Angriff von Zuh. War das alles gelogen? Nein. Der Teil stimmt. Meine Eierstücke produzieren keine Eier. Und... ...Logner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt... ...wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir... Kinder? Wer braucht die schon? Aber... ...aber... ...meine Schwester sah das anders. Lockner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat. Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch... ...er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört. Und ich auch. Damals... ...bei diesen starken Gefühlen... ...spürte ich ihre... ...und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte... ...schluss machen, sagte ich zu ihr. Bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lockner... ...mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich... ...ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann... ...kam der Angriff. Und... ...unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es... ...nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lockner muss es wissen. Manche Bindungen... ...muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss... ...muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte... ...Sam ... ... ... ... ... Ja, ja, ich tue es. Okay, Sam. Irgendlich nach Hause zu locken. Sam. Machst du bitte zu? Ich war lange nicht mehr draußen. Das ist mir zu viel auf einmal. Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der Zeit in den Träumen. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Die Wärme des Lichts. Die Berührung des Windes. Der Geruch der Welt. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden. Okay, Sam. Dann mal los. Das ist nicht so. Okay. Okay. das ist super jetzt das labor der blinde nachles mein zeug mitnehmen mehr zum auch noch mit es ist nein die alte war nicht ablegen auch gott auf dem will ach Gott ja hier hat ihr noch gefehlt ist für die Mission fehlschlägt über die abliefern ich kann also das nicht alles mitnehmen das ist gut dann muss man ich kann das hier doch bestimmt zwischen lagern oder ok ich könnte die spagettarten die kann ich nochmal schnell teilen warte mal ich habe die gerade auf dem rücken was passiert wenn ich jetzt das hier mache sehe ich die dann immer noch als hologram bei mir jetzt will ich jetzt mal rausfinden angesichts der umstände sollte ich wohl darauf aufpassen falls das für dich in ordnung ist ich denke die geste hätte sie gefreut sein ok ok das haben sie gut mitgedacht das finde ich super du hast gleich zu erhalten ja hat hinten etwa so ein handy womit die mir gerade likes gibt sehr schön ok genau private spinnt mal gucken was kann ich denn hier kann ich mal mal die spinnt legen ja schon gut ich muss auf jeden fall noch ja gut kletterseile ja für den verhaltensfalle ist natürlich braucht jeden fall da habe ich hier eine leitere ein paar so weiter privaten spinnt 1 brauche ich auf jeden fall 1 muss ich mitnehmen sonst geht mir der saft vom motorrad aus das wollen wir ja nicht warte 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 wir können die doch auch gott bin ich dämlich ich kann die doch hier bei mir aus dem motorrad packen doch gott also versteucht das auf dem motorrad dann ist gut so jetzt aber frage ist natürlich wie ich fahre da ist ein berg im weg störung ist natürlich verdammt schwer ach katz ich hatte eine schöne überraschung vorbereitet aber du hast anscheinend alle hände voll zu tun kein problem mir beugen einfach etwas die regeln mach dich bereit sein da ist es er sieht hungrig aus um das hier zu überleben lass dich einfach nicht fressen klingt lustig aber klar wo ist mein motorrad ja toll ich bin überlastet und auch gott gut motorrad ist nicht hier ich renne einfach schweiz noch sachen die so gebrauchen kann leite aber ohnehin schon alle anzutun und jetzt wieder hoch wir lassen das ding jetzt einfach hier die beruhig dich bitte auch gott ja einfach aus dem radius rausgehen das sagt sich vielleicht kosten werden kann ich nicht gehen in welche richtung flüchtig am besten ich könnte die richtung gehen aber da sind ja geht es unterwegs scheiße aber es prioritäten setzen also gut ich muss mama rausholen habe keinen bock gefressen zu werden da die meine brücke gebaut sehr gut ihre route wird berechnet ich könnte ebenso gut dahin gehen wir versuchen wir mal nach south not durchzuschlagen obwohl da muss ich komplett andere richtung gehen ne ach komm wird schief gehen mach mal so jetzt geh weg einfach ab du scheißvieh ich reiße den kopf ab und kack dir den hals obwohl das gefällt dir bestimmt vor allem das ist ein boss gegner und blattbohren wäre das natürlich kein problem ne blattbohren geile spiel gott das ist ja alles komplett überschwemmt ok meine vermutung ist ich muss genau über die trümmer flüchten schlecht idee weg hier weißt du im blattbohren wäre kein problem ne da bin ich hier bin ich ein alter hase seitdem in so ist das wäre kein problem für mich ne aber hier jetzt ich bin auch gerade über komplett überlastet habe noch eine frau auf dem rücken gerade ihr baby verloren hat und dann gut es sind jetzt nicht unbedingt sachen die mich beruhigen das sind eher sachen die mich komplett beunruhigen ja er leckt mich am arsch ich hau ab natürlich dann nehme ich auch hin stress steigt vom baby natürlich ja klar was uns jetzt hier nicht erwartet roll mir nicht rum wir haben sie überstanden ja sehr schön sehr schön auch gott ganz ruhig ganz ruhig baby ganz ruhig mama ist ja da aber ist ganz bei dir auch auf dem rücken kommen ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz cool komst ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ja ganz ruhig klein ist ja ganz ruhig ganz ruhig ist glücklich aus guckt mal ganz ruhig ganz ruhig so anstöpsel und weiter geht's katastrophe und ich habe meine frachtung liegen lassen die kompletten weg zurück das motorrad kein bock dass mir das motorrad fehlt die beide fische ich flitze zu meinen zeug motorrad und dann geht es weiter wo ist das teil eigentlich hin ich hoffe dass das jetzt weg ist weil dann bin ich angepisst das war nämlich von einem anderen spieler gewesen und es war orange ein orangefarbenes motorrad das war richtig ja ich habe das noch stehen ja richtig cool ein bisschen ein bisschen schmutzig aber hey ist noch gut das kann man nach vorne ja ich halte ja ich halte ich halte so jetzt mache ich mir erst mal jetzt kommt mein zweites problem beziehungsweise eigentlich das hauptproblem aber egal jetzt ist das problem wie vor euch am dümmsten mit dass hier nicht wieder zwei parts dauert aber ihr wollt bestimmt nicht zwei parts sehen den ich hier einfach nur mit dem motorrad gegen fahre und eine frau aus liefere das kam gerade ein bisschen komisch rüber das kann man sehr falsch verstehen weil ich sich gerade gesagt habe aber egal so mitnehmen pack die dinger links und rechts und das motorrad drauf das geht hoffentlich oder auch nicht ich kann von mir aus ein anderer spieler weg bringen dann ist gut die rote wird brechen jetzt komme ich erst mal um das hauptproblem das hauptproblem was ich jetzt habe und was mich jetzt ein bisschen außer konzentration bringt also gut also wir sind hier wir sind hier wir müssen über den berg kommen wir können natürlich die komplette route drumherum gehen das dauert allerdings das dürfte zwei parts dauern oder aber da können wir nicht eigentlich so skyrim like wüsste ich meine so wie bei skyrim dass wir hier wie bei skyrim einfach hier über die berge gehen wäre es nicht irgendwie möglich wie in skyrim war mal bei so sieht das echt nicht aus wenn ich werde mich hier wenn wir hier fahren dann so hier klappt das dürfte es nicht klappen ich weiß es nicht es könnte sich auch als komplette zeitverschwendung herausstellen aber ich probiere es auch mal aus gut da ist eine brücke nein cosplayeren ich werde niemals lebend ankommen okay brücke genau brücke dann dahin aufladen jetzt mal hier okay gut ich glaube ich habe mir das gut überlegt hoffe ich mal dann schau einfach mal ob das so funktioniert ich habe jetzt in die brücke war kaputt gewesen wenn ich da weiterfahre dann lande ich sehr unsanft dort berg und tor stoppen komm nicht nur ein begrenzungsfall dinge 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 Und schon krass, dass ich da von ihr die Verbindung gekappt habe zu ihrem Baby, das war schon... Eieieiei. Ja, ich bleib stark. Du, wenn ich einfach so wegmüß. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich habe das Gefühl, bei meinem LKW, da geht der Akku übel schnell runter. Bei den Langstrecken-Dingern, da hält der Akku in Weichen. So habe ich zumindest das Gefühl. Von dem mal bin ich jetzt auf das Motorrad umgestiegen. Aber ich weiß nicht, hätte man, wie Mama, auch eigentlich mit dem LKW konzentrieren können. Da ist die Brücke, sehr schön. Aber egal, da sind die mal ein bisschen das orange-schwarbene Motorrad, was ich hier auf den anderen Spielen habe. Wow, das sieht beeindruckend aus. Ich weiß, nur du kann man trotzdem. Fett. Kriegst ein Like, Kumpel. Ja, Like. So. Dengel, 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 dengel. Ja, komm, fahr, fahr schon. Hau rein. Wir spielen heute mal Skyrim und latschen über die Berge, beziehungsweise wir fahren. Wir haben ja ein Motorrad. Wie ein gölter Blitz, du sagst es. Nee, was? Das ist eine andere Bau. Das ist rot-grün, oder? Rot-grün ist das. Ich habe hier ein rot-grünes Motorrad. Gefällt mir irgendwie. Nee, das liegt von vorhin, das war ein bisschen komisch. Das Licht, das ist halt so orange-schwarben aus. Aber jetzt kann ich das eigentlich ziemlich gut erkennen. Rot-grün, alles klar. Aber hier gibt es kein Ende im Gelände. Ich habe einen massigen Akku und damit kriege ich das noch problemlos hin. Außerdem sind wir ja nicht in GTA. In GTA würde jetzt schon der Motor anfangen zu qualmen. Und spätestens jetzt dürfte es brennen. Kann ich mich eigentlich aufspringen? Nein, mit dem Motorrad kann ich nichts bringen, okay? Haben mich festgefahren, super. Oh, doch nicht, doch nicht. Doch, ich kann aufspringen, sehr gut. Na ja, hätte klappen können. Ganz ruhig, Mama. Ich bringe dich sicher noch nach dem Weg. Weg da. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind fast da. Machen wir mal keine Sorgen, Mama. Wir sind fast da. Na ja, fast. Du bist zu weit von deinem Zeug entfährt. Danke auch für den heißen Tipp. No shit, Sherlock. Das ist mal ganz da lang, okay. Na bitte, da war auch schon wieder die Linie. Perfekt. Der rote Faden, der mich führt. Heidi, Heidi. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi. Denn da oben bist du zu Haus. So, ja, ich singe gerade. Willst du meine Lebensgeschichte hören? Okay, leider nicht. Und ja, ich weiß, wie das angesichts unseres Arbeitgebers klingt. Die Dunkelheit fürchte ich auch. Ich kann nicht mehr schlafen. Geht nicht. Gut, jetzt kommt es mal in der Lebensgeschichte. Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen und wurde zur Stadtwache. Okay. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie man im Planen wird. Wir fahren dagegen. Wir fahren gegen Steine. Genau, das ist mein Plan. Und gegen den da. Alles klar. Gut, also. Na, mein Blick da. Generator. Perfekt. Laden wir nochmal schnell auf. Super grün. Okay, wir müssen da irgendwie, wir müssen irgendwie über diesen scheiß Berg kommen. Das ist mein Plan. Das sieht irgendwie sehr seicht aus. Da könnten wir doch theoretisch hochbrettern. Mein Plan ist einfach, easy über Berg und Tal zu rettern und da irgendwie hochzukommen. Stoppen kann man nicht halt wirklich nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 Dengel. Im Ernst, das ist doch nur ein Katzensprung, ey. Das dürfte man doch eigentlich zu schaffen kriegen, oder? Komm, ich mach einfach mal. Ich versuch mal mein Glück. Wenn nicht, dann dauert es wieder zwei Folgen, bis ich überhaupt nach oben angekommen bin. Jetzt fahr endlich los. Alter, das ist gut. Weg da. Okay, ja, ja, ja. Ja, okay. Weg da, weg. Komm schon, komm schon. Schnee, Alter, wir fahren durch Schnee. Alter, wir fahren gerade durch... Oh, Alter, Alter, Schwede. Wir brettern durch Schnee. Alter, Schwede. Ich hoffe nur, dass uns jetzt nicht irgendwie der Sprit ausgeht. Das wäre ja wirklich voll Pannen, wenn es wirklich der Sprit ausgeht, ey. Oh, Gott. Ich bin ein, wenn es wirklich der Sprit ist. Und Plastik-Bags drin, in-side. We don't stand on chat. die rutschen wir rutschen das ist schlecht also an sich klar jetzt muss der power nachdenken es ist möglich aber ich rutsche grad viel zu heftig also ich muss mir irgendwie was überlegen das dürfte funktionieren und sie fest hat aber die Körnern Heilusion Habe ich hier einfach einen anderen Unterschlupf gefunden. Okay. Gut zu wissen. Dingle, 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 dingle. Wir fahren einfach weiter, komm. Wir sind ja beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Shopper, beinhart wie ein Flashbier, beinhart geht das F hier. Da können wir aber nur in die Richtung. Das ist schlecht. Ein See, okay. Der hat eine Herzform. Theoretisch können wir also da hin. Aber ich will hier einfach wirklich so über den Berg. Das war so ja meine Idee gewesen. Das wäre hier so über den Berg und da können wir hier ein bisschen in die Richtung und dann die Richtung nach rechts kommen. Ich habe ja auch nicht ewig Saft. Guckt mal auf meine Akku. Das ist die Probanzeige. Aber hey, schön, dass es so klappt, den Skyrim einfach hier über Berg und Tal über die Berge zu klettern. Woher die wir das hinkriegen werden. Nur noch die Älter am Sprit, aber egal. Okay, wir ziehen das durch. Scheiße, genau wie in Skyrim. Theoretisch ist das sogar dieselbe Textur. Oh Gott. Jetzt mach hin. Nein, das dauert. Jetzt darfst du dir ich keinen erzählen, ne? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Aber dann bin ich zu Postkuchen geworden. Nein, tu ich nicht. Ich erinnere mich nicht an die Gebärmung zu. Ich war nicht allein. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter. Immerhin. Und. Lass uns. Oder uns. Nein, keine GDs. Ach Gott. Okay, wir fahren eh in die falsche Richtung. Ach Gott, nein. Dinger, 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 dinger. Wir müssen mehr in die Richtung. Sie kommt jetzt auf. Okay, wir müssen. Mehr in die Richtung, ne? Warte, warte, warte. Ich hab gerade die Orientierung verloren. Hm. Vielleicht finden wir dann unser Paradies. Wir halten immer zusammen in One Piece. Dann versuchten sie uns, chirurgisch zu trennen. Die Operation war erfolgreich. Aber wir waren weiter ein. Wir konnten uns nicht langen, um einen Ort zu schmerzen. Ihre Freunde, war mein Herz. Ihr Schmerz, war mein Herz. Na, jetzt komm schon. Wir konnten jeder noch sehr große Entfernung. Manche lösen, dass die der Partie mehr gekommen sind. Wir trennen sie quasi. Wir hatten einen Strand. Nur für uns. Gemeinsam. Unser eigenes... Ja, zieh mich weiter. Ich höre dir zu. Ja, das ist ja sehr interessant. Wir sind gleich da, dann bist du abgeliefert. So. Autsch. Motorrad ist im Orsch. Na super. Echt jetzt? Ja, Motorrad ist im Orsch. Okay. Aber wir sind gleich da. Ja, das ist ja die Hauptsache. Nach meinem Einstieg bei Bridges hatte ich alles klar vor Augen. Ein Netzwerk, das die verspreutesten und unterschiedlichsten Menschen vereinigen könnte, uns vervollständigen würde. Es sollte die Leute nicht auf Lumir bringen. Es sollte sie in seinem Schoß zusammenführen. Ganz ruhig, ja. Wer ist ein süßes kleines Baby, ja? Du bist ein süßes kleines Baby, ja? Oh. Du bist ein süßes kleines Baby, ja? Ja, das bist du. Du bist ein süßes kleines Baby, ja? ja es ist so süßes kleine so jetzt der angesteckt und weitergegangen ich betraue nur gerade mein motorrad schaden das motorrad es war rot und grün es war ein wunderschönes fahrzeug ja ich werde es niemals vergessen ich werde mein eigenes motorrad so lackieren grün und rot ach du bist erschöpft ja natürlich habe ich gerade mit dem motorrad über den berg gefahren und dann durch doch hierher schleppen und jetzt auch mein motorrad kaputt gegangen dann durfte ich den ganzen weg zu fuß durch die ganzen schnee rot oder untertragen ins tal und ich habe mein motorrad verloren und das ist so der tut mir leid ich bin gerade emotional ich vermisse dieses motorrad ist was so wunderschön so hier ist die alte wird glücklich mit ihr ich hau da mal ab und tune mir ein neues motorrad morling und nein morling und nein es tut mir leid so furchtbar leid ich liebe dich so sehr ich liebe dich so sehr schön deine stimme zu hören ich hätte dich einweilen sollen ich wollte sie retten konnte aber nicht du musst jetzt nichts mehr sagen lor a repariere seinen cupid ich konnte unser kind nicht retten aber du kannst unsere welt retten du allein ich liebe dich Hörst du? Für immer. Und ewig. Jetzt lass die Welt eins werden. Okay? So wie wir eins sind. So wie sie? Das ist so clean. aber da habe ich echt nicht gerechnet alter schwede ich habe eine ganz schöne strecke zurückgelegt aber es hat funktioniert vielleicht ist sie ja gestorben weil sie zu viel schaden erlitten hat man weiß es nicht ja mit locken verbunden das ist doch wenigstens etwas aber ja ich bin trotzdem immer noch sehr davon schockiert dass mein motorrad jetzt kaputt ist weil ich habe das wirklich zu schätzen gelernt das hat mir wirklich sehr gut gefallen das motorrad wenn ich wirklich die gelingenheit bekomme einen langstrecken motorrad grün und rot zu lackieren das mache ich so so was sie durchgemacht hat ich hatte ja keine ahnung ich dachte sie hätte unser band absichtlich gelöst und wäre mit unserem kind fortgelaufen ich habe dann cupid repariert der begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren eine sache noch bevor ich mit der arbeit begann habe ich mir den code genau angesehen ich bin mir sicher jemand hat ihn verändert entweder das oder mein gedächtnis lässt nach dann kaut wurde umgeschrieben umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt sagen wir einfach es war nicht die letzte version von mir und doch deshalb wurde ich endlich mit morling und wieder vereint aber vielleicht wissen wir ja bereits wer es war sie starb unter den trümmern mit unserem kind im bauch ihr kar ging über auf die andere seite doch ihr haar verblieb an unserer toten tochter sie wusste das alles natürlich warum ließ sie eine handschelle locker um ihre vital funktionen zu verbergen leider konnte sie ihre lieblings erfindung nicht nutzen sie tat all das um mich und unsere tochter zu schützen sie hat die sie hat sie hat sie hat sie hat Herr Bieter, das auch mal funktioniert, super. Oh, was haben wir denn hier? Erinnerst du dich? Warlingen, lockne. Gut gemacht, Sam. Dank dir ist Edge North City endlich in Reichweite. Und Lockner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also, Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig. Aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Wie ich gesagt habe. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in einer anderen Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Darkman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Laufabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Natürlich. Oh Gott. Oh Mann, das war ja was. Das war ja vielleicht mal ein Trip. Oh Gott. Erst mal duschen. Erst mal. Oh Gott. Erst mal die ganzen Schmutz, alles abwaschen. Oh Gott. Das war ja was. Ich meine, Mama war, das war eine schöne Frau gewesen, ne? Muss man schon dazu sagen, ne? Das war ja schon, war ein hottest Gerät. Das ist schon sehr, sehr schade um sie, dass die jetzt einfach so gestorben ist. Okay, erst mal schön die Szenen wegätzen, naja. Erst mal hier Cap hier auf und dann Monster Energy. super kombination so käppi auf um uns der energie reinen kopf und dann geht es weiter lecker man kann sogar lesen was hinten dran steht es wurde ja bis ins detail wurde daran gedacht ja super aber hat jemand fragt der radio kuschel wollen wir das mikrofon erstellen der die kuschel das ist ja schon früher in anderen spiel gemacht bei meldiges tolle 3 snake eater war schon so gewesen da wurde werbung für calorie made gemacht und meldiges tolle peace walker wurde halt werbung für ax gemacht also dieses geospre und jetzt hier in der stranding ist halt so ihr wird halt werbung für monster energy gemacht von dem weil das gab es eigentlich schon immer also die kuschel mal der das ja schon immer so in sein werken versteckt beziehungsweise was der ein oder andere vielleicht nicht wusste ist dass man meldiges tolle peace walker die monster aus monster dabei kämpfen konnte du konntest original einen ratalos bekämpfen in peace walker das ging wirklich hast du ihn mit betäubungsmunition besiegt also wirklich betäubungsmunition reingeballert bis nicht mehr ging dann konntest du halt eine rüstung bekommen mit der du halt deine gegner anbrüllen konnte ist ich glaube es war sogar die richtige oder weiß die mit den anbrüllen oder war es der andere weil es gab mehrere dinosaurier und der andere dinosaurier das war halt medel das war halt medel gewaxt nur halt als dinosaurier und das fand ich halt ziemlich interessant nach baby sehen das ist ein ausführzeichen vielleicht soll ich da wirklich mal nachgucken hey ist weg ach du scheiße war suchst du das überraschung freitscheid hat mich her geworpt endlich konnte ich den strand besuchen also ihren strand keine angst ich bin nicht zum sightseeing hier dein geliebtes bb hat ein ernstes problem episode 6 dead man the dead man walking ich habe dir doch erklärt dass die inkubatoren bb über das chirale netzwerk mit ihren todmüttern im hq verbinden rich babys sind wortwörtlich brücken zwischen dieser welt und der anderen seite ihr platz ist weder bei uns noch bei den gds dort drüben ihr platz ist dazwischen und sie gehören weder der einen welt noch der anderen aber bb 28 hier zeigt eine immer größer werdende neigung zur welt der lebenden zu dir sein naja wir sind partner partner sam ein bb ist ein werkzeug und kein mensch rücke ja baby nein dann sagt mir was das problem ist dieses werkzeug diese waffe verwandelt sich in ein lebewesen es nimmt zu seine hirn aktivität steigt an es sammelt erinnerungen bb 28 entwickelt ein bewusstsein es wird zu einem richtigen kind das klingt mir nicht nach einem problem es ist ein werkzeug hergestellt für einen bestimmten zweck einen zweck den es ohne kapsel nicht erfüllen kann das risiko eines total ausfalls liegt bei 70 prozent wenn man die kapsel entfernt was praktisch egal ist weil es an diesem punkt innerhalb weniger tage nicht mehr funktioniert nicht mehr funktioniert ganz genau nicht mal die kapsel wird es retten es geht kaputt was können wir tun wir setzen es zurück und deshalb musst du es bei mir lassen ich trenne die verbindung zwischen euch und führe dann eine operation durch die es mit der anderen seite verbindet es ist wie ein kleiner schubs in die richtige richtung damit es wieder seinen platz einnimmt zwischen den welten der lebenden und der toten aber wie ich sagte musst du eine weile ohne es auskommen wird das funktionieren na klar nur eine sache die op könnte sein gedächtnis löschen löschen wird mich vergessen ganz ruhig das bb wird weiterhin gut funktionieren du musst mir vertrauen na los ich sagte doch es ist kein problem wir und deshalb hasse ich diese teile von meiner reise durch den strand war ich schon schmutzig aber jetzt hat ein bb dem ganzen die krone aufgesetzt auch 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 ja toll soll ich in die dusche gehen und ihm will zum gesellschaft gesellschaft leisten ich würde dazu gerne mal ein blick auf seine anstelle mal werfen blick auf bb kann man nicht werfen oder er komme ich will mit seiner anstelle mal interagieren einfach mal gucken was da passiert ja das ist hier sie besiegt haben ja 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 ich sehe schon schon blick auf die anstelle werfen kommt schon ich will nur um keinen blick okay ich sehe schon um hier weiter zu kommen müssen wir also mit der dusche interagieren aber ich hätte vorher noch mal kurz abspeichern ganz wichtig a und roh abspeichern falls ich die aufnahmen während dieser katzen unterbrechen muss dann habe ich wenigstens vor abgespeichert und kann im folgenden part an dieser stelle fortsetzen ja wir wollen ja wissen wie es weitergeht ich gebe ebenfalls in die dusche zwei typen beim duschen das wird total heterosexuell und überhaupt nicht schwul nein überhaupt nicht was ganz natürlich ist hier drin bespitzelt uns keiner wir sind unter uns keinerlei tonaufnahmen keine videos für lippenlese analysen komm näher bei hartmann darf hier von nichts wissen verstanden ich habe mir die ersten bb experimente näher angeschaut offiziell wurden sie von der regierung ausgesetzt nachdem ein leeressturz den damals amtierenden präsidenten getötet hatte die dokumente wurden vernichtet die bb technologie verboten aber offensichtlich gingen die experimente im geheimen weiter auf direkten befehl von präsidentin stran bridget die bb's waren unabdingbar um das rätsel des gestrandeten todes zu lösen oh sie hatte großes mit ihnen vor sie sollten nicht bloß gds entdecken sie wollte sie ins chirale netzwerk einbecken um reisen zum strand zu erleichtern aber keiner ihrer pläne wurde je verwirklicht und jetzt ist die bb technologie in terroristen händen was hat der hartmann damit zu tun ich habe angst vor der antwort ich weiß nicht wie lange er für strength gearbeitet hat ich kenne nicht mal seinen echten namen oder sein gesicht aber du vielleicht weil ihr euch schon länger kennt nein er drückt die maske von anfang an irgendwas mit gesichtsverbrennung klar tut mir leid alle daten von damals haben die allerhöchste geheimhaltungsstufe soweit ich weiß kann nur der direktor auf sie zugreifen aber das chirale netzwerk bietet neue möglichkeiten indem wir fragmentierte und frei zugängliche daten aus dem ganzen land zusammenführen so kann ich des rätsels lösung vielleicht etwas näher kommen sei vorsichtig sein sie beobachten uns also sam du bist ein ganzer karl kompliment aber so spart man sich wenigstens das wäsche waschen reparier einfach bb ok oh nein du reparierst es ohne dich würde ich es nie schaffen die einzelheiten erfährst du oben am lieferterminal sobald du bereit bist naja no homo alles komplett in ordnung alles vollkommen legitim was da gerade passiert ist nichts besonders zwei typen unter der dusche ja war schon interessant war jetzt so dieser typische die kojima humor es ist ein ernstes szenario und dann haut der typ sowas raus oh gott abgespeich okay wir gehen mal wir gehen mal hoch und gucken einfach mal was so passiert ich habe noch ein paar minütchen zeit so wir gehen mal raus und mal schauen mal wie wird die szene im aufzug aussehen ja es fehlt ein bisschen was ja es fühlt sich unvollständig an die ganze zeit bist du halt mit so einem baby verbunden und dann auf einmal fehlst auf einmal hey was gibt es denn hier für aufträge ja sagte er wir müssen deine hauptmission unterbrechen bis wir dieses problem gelöst haben nicht dein ernst es ist unsere einzige dooms kompatible einheit und je weiter du nach westen gehst desto mehr gds wirst du begegnen oh übrigens amelie hat uns informiert dass außerhalb von edge not city ein teergürtel liegt eine große region voller gds die higgs beschworen haben soll mist und auch wenn wir wollen dass du sie schnellstmöglich da rausholst hast du ohne dein baby nicht den hauch einer chance in der tat du musst deadman unbedingt dabei helfen es wieder betriebsbereit zu machen werde ich machen da er hier ist könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen ich bin gerade ziemlich beschäftigt und ich hoffe bei hologramm ist okay zuerst musst du ein paar prepper in der gegend ans netz bringen um die chirale dichte vor ort zu erhöhen das verstärkt die verbindung zwischen bb 28 und seiner todmutter dann müssen wir wie ich schon erklärt habe die justierung deines bibis anpassen das geht leichter wenn wir etwas räumlichen abstand zwischen euch zwei bringen wir behalten es hier und schicken dich raus läuft alles nach plan sollte dein bibi bald wieder normal funktionieren zum glück treibt dieser plan unsere anderen ziele voran wir wollen diese region ohnehin ins kirale netzwerk integrieren also belieferst du prepper baust so beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie an bord zu kommen es ist nicht leicht sich in diesen bergen einzurichten aber viele leute haben es trotzdem versucht überall sind bunker verstreut wir haben eine auftragsliste von ihnen die abgearbeitet werden muss aber vergiss nicht das sind leute die freiwillig da draußen leben leute denen ihre privatsphäre wichtig ist denkt nicht das könnte leicht werden sie zu überzeugen du musst ihr vertrauen schritt für schritt job für job gewinnen noch etwas für eine weile wirst du ohne bibi unterwegs sein es wird sich stark auf deine fähigkeit auswirken gds zu entdecken also halte augen und ohren nach allem ungewöhnlichen offen und meinte den regen wenn es irgendwie geht ja natürlich klar ich kann ja einfluss auf den regen nehmen auf träge für sam oh es ist nie von mal das dürfte die cosplayern oder nein oder auch nicht nein das ist jemand anderes ok gut ja ja wir werden uns darum auf jeden fall dann im kommenden part kümmern genau die cosplayern war ja weiter hier drüben gewesen genau ok gut dann werden wir uns dann im kommenden part um die beiden lieferungen kümmern ich hoffe ihr seid beim nächsten mal hier dabei bis dahin sage ich passt auf euch auf ciao